Und da wären wir auch schon wieder bei einem neuen Part, beim Part 2 mit Zelda Triforce Heroes, mit Nils und Robin. Nils? Robin? Hey Leute! Gut, ich geh jetzt mal rein, ich hoffe, ich find jetzt auch gleich den ersten Auftrag, den wir machen können. Oh, das steht ja vortrefflich, Mann! Als wäre es nun für dich gemacht! Ich weiß nicht, hat das mal Robin gesprochen, bloß den kann er jetzt nicht vorlesen. Schwierig, ihr müsst wissen, wir sitzen hier im Kreis und, naja, egal. Wir haben uns ein bisschen anders umorientiert. Kinderkreis! Zuerst muss ich dir eine wichtige Regel unserer Einheit einschärfen. Das Lumpenland, wo die Hexe haust, ist ein gefährlicher Ort, daher ist es verboten, allein dorthin zu gehen. Du musst dich mit anderen Helden zu einem Dreierteam zusammenfinden. Ja, leider. Geil! Dreier, oh, ich hab einen Dreier hier. Zu diesem Zweck solltest du über die drahtlose Verbindung nach Mitstreitern suchen. Ah! Damals gab's schon Drahtgeist. Lokales Spiel, Online-Game und für uns zutreffend Download-Spiel sind alle in diesem Saal hier verfügbar. Solltest du allerdings ohne drahtlose Verbindung ganz alleine auf ein Arnteier aufbrechen wollen, dann gehst du da hin, Mann. Dann begib dich bitte zu diesem kleinen Durchgang, aber vergiss nicht, wie gefährlich das Lumpenland ist. Grundsätzlich solltest du immer im Team mit zwei Partnern aufbrechen. Wenn du dich allerdings genau an die Anweisung des Weisen da drin hältst, machen wir eine Ausnahme. Hast du das verstanden? Absolut. Also dann, Marcel, viel Glück! So ein Trottel. Ey, das wird so cool, Mann. Hier geht's überall noch woanders lang, aber ich weiß nicht, da gucken wir mal später an. Mal sagen, erstmal uns holen wir und dann... Ja, ich geh erstmal rein, mal gucken, wie das jetzt hier ist. Bin sehr gespannt. Ah, ja, das sieht jetzt hier schon so aus wie auf der Demo. Oh, ein neues Gesicht! In diesem Raum suchst du über die Drahtlose Verbindung mit Streiter, um das Lumpenland zu erkunden. Meine Aufgabe ist es, euch Helden auf den Weg dorthin zu bringen. Okay, auf Zweifahrs. Dies ist das Zweifahrs, der einzige Eingang zum Lumpenland. Wenn sich drei Helden auf ihm zusammenfinden, dann faltet es seine Macht und transportiert euch dorthin. So, mehr Spielerlobby, es besteht keine Verbindung, okay? Solange du allein bist, wird sich der Weg nicht öffnen. Suche bitte über die Drahtlose Verbindung mit Streiter. Okay, aber wenn du bereit bist, dich ins Lumpenland zu wagen, wende dich an mich. Jo, dann mach ich jetzt auch. So, wartet mal. So, zack. Du darfst nur im Dreierteam ins Lumpenland. Wie möchtest du einen Mitschreiter suchen? So, Downloadspiel und so. Damit jetzt auch jeder seine schöne Farbe hat, wird jetzt Robin gleich als erstes joinen. So, ich mach Downloadspiel. Du möchtest also das Downloadspiel verwenden? Was möchtest du tun? Ich möchte ein Team erstellen. So, um das Downloadspiel zu verwenden, müssen alle Systeme, alle Teilnehmer auf dem neuesten Stand sein. Ja, sind wir ja eigentlich. So, okay, dann warten auf Gasssysteme. Robin, leg mal los. Okay, ich probier mal hier. Teilen, hier hucken. Jetzt müsst ihr ja. Das ist ja, Download kann ich, aber der funktioniert hier ja. 3DS, ne? Ja, vom 3DS. 3DS. Guck mal, ob das jetzt klappt. Es wird nach. Vielleicht ist es jetzt vielleicht. Ja, es funktioniert. So, okay, dann mach Download, bevor er abbricht. Weg mal rauf. Ja, erstmal das Let's Play leicht beenden. Ja, runterladen. Ey, wenn ihr jetzt nicht eure 3DS hier updatet habt, ne? Und jetzt von wegen, oh, tut es leid. Robin's 3DS ist nicht auf dem neuesten Stand. Doch, ich hatte das eigentlich aktuell gemacht. Okay, na gut, na gut. So, ich weiß nicht, warte mal, du hast ja das Spiel nicht. Vielleicht musst du jetzt so viel runterladen. Vielleicht machen wir auch einfach mal einen Schnitt, damit ihr das nicht so lange dauert. Das wäre eine gute Idee, war. Oder? Obwohl, jetzt erstmal... Ich guck mal nochmal jetzt kurz hier wieder. Ja, wie lange das so dauert. Also, bei Robin ist schon bitte warten. Bei mir ist bitte warten. Oh, Robin. Ich hab Robin. Steht schon da. Du, dann falle ich jetzt um an, wa? Ja. Okay. Also, Robin steht bisher schon so da, weil ich weiß nicht, ob... So, ich hab dein Spiel auch. Ich geh immer noch drauf. Ich sag, wenn ich immer noch bitte warten, aber... Das wird natürlich vielleicht schon funktionieren. Bestimmt müssen erst alle beiden voll sein, denke ich mal. So, warten auf Gas-Systeme. So, Nils muss oder machen? Bei mir will er ein System-Update machen. Mann, Blacky! Alter, jetzt muss der... Okay, Leute, wir schneiden das. Bis gleich ist Blacky bereit ist. So, okay, Leute. Nils hat jetzt sein 3DS, der schon 50 Monate ungeupdatet war, geupdatet. Sorry, Freunde. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange das gedauert hat, aber... Wir sollten jetzt ready sein und er müsste bloß noch joinen. Robin und ich warten schon. Ich joiner, Freunde. Die ganze Zeit. Das ist mal spannend, ja. Das funktioniert. Möchtest du runterladen? Ja. So, Blacky ist da. Jetzt. Daten werden gesendet. Ah, download erfolgt. Ja. Jetzt müsst ihr erst mal downloaden. Oh, das geht auch schnell. Richtig fix. Das geht auch schnell. Das ist doch cool. Okay, das sehe ich jetzt. Das geht schnell. Waren die 10. Ja, das geht richtig schnell. Ein abbrechenden... Ich bin schneller als Robin. So, wenn alles geklappt hat, müsste jetzt Robin der Blaue ein Typi sein. Das wäre geil, ja. Und Nils der Rote. Sonst kann ich das ganze Thumbnail nochmal überarbeiten. Mann! Ist das bei dir dann nicht irgendwo gekennzeichnet oder so? Welche Farbe hier sind oder nicht? Nee, nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müsst ihr euch auswählen am Anfang. Welche Farbe wärst du denn gerne? Ansonsten tauschen wir die DS-Systeme. An der steht euer Name da drüber. Das geht nicht. Naja, ist doch cool. Oh, jetzt so. So, oh, oh, oh. Mal gucken, ihr könnt ja mal vorlesen, was bei euch steht. Verbindung zu den Gastsystemen wird hergestellt. Ladevorgang. Oh. Die Zusatzdaten für diese Software werden auf der SD-Karte erstellt. Wenn ihr jetzt keinen Platz mehr in eurer SD-Karte habt. Werd mal ruhig, ey. Ich habe mir eine 50 Gigabyte, ja. Ja, 3000 Gigabyte. Das ist ja voll so eine Terabyte-Karte. Blacky's SD-Karte ist voll. Nein. So, nein, nein, nein. Oh, Ladevorgang. Es lädt. Das lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Das lädt. Oh, nein, Blacky ist blau. Warum? Warum ist Blacky blau? Bissau. Oh, warum? Das sieht doch cool aus, wa? Warum? Das ist alles falsch. Robin, rausschmeißen. Hey, cool. Weil ich rufklicke, kann ich zu Nils beamen und so auch zu Robin. Cool. So, da bin ich. Aber warum ist das so? Hallo. Auf geht's. Mann, das ist doof. Ich will, dass ihr, dass ihr auf die Farbe von den Sumpteats seid. Oder ist das random? Also Robin hat sich jetzt als erster... Ey, cool, da haben wir schon die Rennstiefel. Oh, was ist das? Da kam ja was raus. Ist der drunter der Fall? Ein Stoff. Oh, was habt ihr denn da? Hey, wo habt ihr das her? Das kam einfach runter, oder? Ja, ist der irgendwo gegengelernt, da kam es runter. Irgendwann ist es smashed. Oder bist du hier gegengelernt? Quats. Einfach so in die Wand. Das ist das geil, Mann. Aber mir fällt es nicht, nein, ihr müsst die richtigen Farben wie auf den Sapnets haben. Da wollen wir nochmal schneiden und gucken, wenn ich als erstes reinkomme und Robin denn? Das Robin dann vielleicht blau ist. Ja, da bin ich jetzt zu perfekt zunächst. Tut mir leid, dann noch mal ein ganz kleiner Schlip, Mann. Bis gleich. Nein. 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 So. Was zum? Es hat schon wieder nicht geklappt. Was ist das denn? Was ist das denn scheiße? Warum ist Robin immer rot? Warum ist Black immer blau? Es ist aber ein bisschen merkwürdig. Wie ist das denn? Herr, damit, was ist das? Äh, 0? Ich bin die 0. Ach so, wir hätten das balancieren müssen bestimmt. Ja, genau. Ey, wieso klappt denn das nicht? Es ist aber ein bisschen merkwürdig. Was wollen denn das? Mann, warum? Nein. 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 Ihr könnt mehrmals draufdrücken. Na, endlich, Alter. So, jetzt endlich klappt alles. Robin ist jetzt der blaue Linkie. Hier ist so ein Blechie ist der rote. Und langsam mal Zeit, ey. Nein. Hallo, Leute. Hallo. Ja, 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 ja. Okay. Lass uns aufhören, Mann. So. Ich hab's ja auch noch mal schön eingeblendet, damit ihr auch immer weiterhin wisst, wer wer ist. Obwohl, eigentlich steht's ja unten. Im Minibildschirm steht's ja schon. Jo, ne? Jo. So, okay. Woa. So, okay, gut. Dann legen wir mal los, wa? So'n Ball, Leute, so'n Ball. So'n Ball? Ja. Geil. Ich will auch. Ja. Jetzt? Das ist meiner. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Der ist meiner. Ja. Alter, wie geil was er besser hat. So. Jetzt hat's verkackt. Ah, fünf. Ein Rubin, okay. Wow. So, Leute. Ich glaube, wir müssen uns einfach drauf stellen. So. Oder was sagst du dir eigentlich? Ah ne, das ist Blitzer. Okay, also wirklich alles passend zum Outfit. Blaue Haare, blaue Klamotten. Wissen ist ein Schild gegen alle Gefahren. Ohne Wissen kannst du kein Held werden. Ey, was macht ihr da? Okay, kann ich dir die Grundlagen erzählen? Ne, ich glaub' nicht. Das ist alles so. Als Held muss man sich stets. Was macht ihr denn da? Entschuldigung. So geil, als ich zu euch zoomen kann. Weg rufklicke. Weg rufklicke, weg rufklicke, weg rufklicke. Das ist gut. Ich brauche ihn im Fokus. Nils im Fokus. Das kann ich nicht auch. Richtig geil. Okay, dann nehmen wir es mal los. Jetzt endlich mal was schaffen wir hier. Dann sieht er so ein bisschen aus wie hier Fahrrohre und wie sie nicht alle heißen. Das stimmt, das stimmt. Oh. Weil von der Haarfarbe und so weiter passen. Okay, wir gehen in die Ome Zeit. Okay, wir abstimmen. Okay, wir machen einfach mal das erste, was wir zur Verfügung haben. Wälder. Ja, guck mal, was hat unter Wäldern noch vier Zahlen und dann mit jeweils vier Triforce zu jeder Zahl, Alter. Eieieiei. Das kann lange dauern. Drive Force sieht aus wie so ein, wie heißen die hier, Illuminati-Typis? Eier halt. Achso, Robi, wir sind das auch aus. Wir muss auch aufdrücken. Achso. Einstimmig. Einstimmig. Jetzt haben wir hier schon vier Welten. Machen wir für die erste Mal. Ja, das ist ja krass. Den Dekowald. Das ist ja doch richtig umfangreich, cool. Einstimmig. So, okay. Ich hab ein Kostüm. Und ihr? Ja, wir haben auch Helden. Ja, die grünen, ja. Ja. Gut. Ich glaube, weil ihr jetzt nur ein Downloadschwert habt, werdet ihr nicht wirklich Kostüme haben. Stimmt, ja. Nur ich. Oh, warte, wir haben dreimal Feen. Ach ja, Leute, ganz wichtig. Im Lundenland teilen sich die drei Helden ihre Herzen. Oh, also heißt das, wenn jemand abkratzt, krassen alle ab. Ja, wenn irgendjemand, ja. Scheiße baut. Ja, dann ist das sehr schlecht für alle. Also, ein Teambild. Ich denk mal, weil wir neun Herzen haben, wenn ich jetzt, sag ich mal, fünf Herzen Schaden kriege, habt ihr auch fünf Herzen Schaden. Ja, genau. Ja, genau. Oh, geil. Yes, der Bogen. Verschießt er durchdrücken von Y-Pfeile. Bei X braucht es doch X. Was zum? Jawoll. Hier steht oben richtig und was hat dein Herz gefunden? Komm ich mal, machst du? Ich hab grad nicht schon mal. Ich hab einfach nur den Bogen genommen. Werf mich. Wohin denn? Ich sag einfach mal. Item. Ich hol erstmal die Robine hier. Ah, alles klar. Wir müssen hier schon im Team zusammenarbeiten. Guck mal, hier können wir einfach das Ballern. Ne, noch nicht. Was machst du denn da? Ja, guck mal. Wir müssen uns raufwerfen. Ich mach selber auch der Robine. So, schmeiß mal Robine und mich hoch. Nach links. Nach links hoch. Wie hebe ich jetzt Robine hoch? Ne, ich glaub, du musst jetzt noch hoch eben. So. Und du musst jetzt Robine rüberwerfen, wa? Nein, das geht aber glaub ich nicht. Na dann, denn so. Werf du mal Robine? So. Oh, geil. So. Und wie habt ihr mich denn nicht werfen jetzt? Einfach zu dir hin und a. Ey, voll cool. Ah, okay. Also das ist dann immer der, der ganz unten ist. Also zum Beispiel jetzt kann nur ich steuern. Und du kannst doch irgendwie gar nicht mehr runter, oder? Ne, ne, komm, komm, ne, ne runter. Ich sag, ne, zwung. Ah, okay, alles klar. Ne, ich wollte nur gucken. Alles klar. Weiter geht's. Yes. Swing, wing, wing. Oh. Sehr lustig. Wird es denn alles so kurz bleiben? Was haben wir dabei jetzt gerade in Abschnitt? Ne, aber das wird sicherlich, weil es einfach so einfach Einführung sicherlich. Ja, bestimmt, weil es heute eins ist. Genau, um sie halt erst mal mit der Steuerung richtig klar zu werden. Wow. Wow. Und die ersten? Gib mir. Okay, aber wissen können wir uns selber nicht hinsichtlich schaden. Dann werfen wir so einen Stein. Ja, mach der Tod. So, die haben keinen Strom. Es sind noch normale. Komm, Robine, mach sie fertig. Hier, Blackie, mach ihn fertig. Oh, cool, danke, Mann. Ey, das ist mein Schatz. Blackie hat fünf Rubine gekriegt. Und ein Herzschaden. Ey, so ein Arsch. So, was macht der Nils da? Guck mal, was die da macht. Oh, Robine schmeißt mir vorhin die Scheibe, aber ich werde nicht verlieren. Man, ihr müsst da beide raus. So, wartet, jetzt muss noch einer den anderen werfen. Ich gucke euch zu mir, die da hoch, Mann. So, Marcel betrachtet Robine. Eure Herzen haben wir echt. Geile Sache. Ich konnte ja nicht machen. Ich war nur der Mittelsmann. So. Was passiert? Okay. Weiter geil. Ach so, okay. Das sind immer quasi, bei jedem Abschnitt immer so vier Abschnitte oder fünf Abschnitte. Ja, so eine kleine. Das stimmt. Wiss ich nicht, wie viele Abschnitte. Dekowald 3. Jetzt kommt der aber was. Sehr Etappen-lastig. Aber generell ist ja sehr viel mit Rätseln generell oder nicht so mit Werbrätseln. Müsste so sein, ja. Schön, dass man zu dritt zusammenarbeiten muss. Also stellst du für mich die Frage, kannst du, wenn du das alleine spielst, die Puppen, spielst du wieder die Puppen oder was? Ja, ich spiele mal die Puppen. Ah, okay. Warum ledet ihr so lange? Was tut der? Er ist abgebrochen. Na, da bezweifle ich doch, ja. Nein, es geht einfach nur übelst lange. Wahrscheinlich. Die stoppen hier voll beim Laufen. Wir sind doch schon voll nebeneinander. So, okay. Wir sind wieder bang hier. Wow. Warte, bang? Nimmst du mal eine bang oder was? Ein Fahrstuhl. Dasselbe traf der Blacky. Ey, Alter! Wie geil! Robin, du brauchst, du musst hier hoch und mit dein Pfeil schießen. Wacht ihr denn da hinten? Äh. Wacht dein Robin da. Das geht nicht. Oh. Warum? Die sind echte Truggles. So. Muss er bestimmt zu zweit. So, jetzt. Und jetzt ist es schießen. Wow, geil. Volltreffer. Super cool. Alles muss man hier selber machen. Ne, obwohl ich mach eigentlich gar nix. Oh, Robin, vorunterschmeißen. Voll gemein. Oh, Robin, pass auf. Darf ich mal jemand da hoch? Mach sein Schatz für dich. So. Robin, das zählt doch aber für uns alle, oder nicht? Ja, für uns alle, Robin, du musst mich hochschmeißen. Ah, ja, ja, ja. Das schock ich nicht so. Yeah. Das war so. Bei mir ist grad so ein bisschen gestockt hier. Ja, ein kleiner runter. Alter! Oh, ein Zwacken! Ein Zwacken! Oh, das nicht. Robi, tu es nicht! Robi! Ey, ich hab noch jemand gedrückt hier. Das war jetzt einfach so random irgendwie. Blacky, du hast grunden! Yeah! So, boah, boah, Blacky! Wow! Ja, ne, das ist wahrscheinlich, weil das ein Download-Spiel ist hier. Ja, okay, das kann schon sein. Ja, was? Die geben immer Herzen, wahr, oder was? Keine Ahnung, was natürlich ist. Ne, ähm. Die Frage ist... Ah, verdammt. Wir müssen am Pfeil schießen, Leute. Und zwar bestimmt als Megatotem. Robi, hier und so. Blacky, du musst schießen. Robi läuft. Ehhh! Ehhh! Mal sagen. Really, really cool. Oh, da ist er schon. Na, geht's schon wieder. Sind wir jetzt bald durch? Es wird schon komplexer, ne? Aber schickst du jetzt schon aus, Leute, oder? Oh! Ja. Guck mal, links ist schon... Habt ihr auch links so einen Balken bei den Schießern? Ähm, ja. Ja, das ist von Link Between Worlds übernommen. Die Ausdauer. Stimmt, genau. Du hast keine Anzahl an Pfeiler, aber du kannst nur bedingt, die Ausdauer alle ist, Pfeile verschießen. Okay, gut. Ja, 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 ja. So, Leute, in diesem Fall ist unser Leben da dreimal, ja. Also dreimal können wir anscheinend wiederbelebt kratzen. Oh, jetzt, so. So, wie hier. Oh, hier kommt ein Bossbestimm. Vor allem ist echt schwierig, weil man mit Absicht macht hier. Aber wir müssen wahrscheinlich zu zweit machen. Aber hier ist einer, der ist alleine. Ah, hier ist erstmal einer. So, okay. Oh, ein Zwacken? So, da ist einer. Was hält hier? Nein, der ist zu hoch. Der ist zu hoch? Der ist noch höher. Oben ist ein Dreier, links ist ein Zweier und rechts ist ein Zweier. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Wenn nicht mit Pfeil und Bogen. Ich lenke den anderen ab. Ja, Robin lenkt mich jetzt. Ja, getroffen. So. So, schnappt euch den anderen und dann muss ich euch noch hochheben gleich. Yes. So, okay, ich schieße. Achtung. Ja, das war nice und einfach. Sehr geil. So. Wir sind bei Tod, ey, wir sind fast abgekratzt. So. Das ist echt so was wie ein Boss, oder kommt jetzt erstmal aus? Ja, bestimmt der Boss, oder? Ja, wollen wir also ein paar Ersten einsammeln? Was hält? Er stinki. Ja, du musst mich schon hochwerfen, da. Ja, ey. Hey, manchmal ist das wirklich. Ja. Geil, danke Nils. Kein Problem. So, okay, nicht ein bisschen hier was zum Aufhüllen. Machen wir selber oberter Blackie. Wir müssen umobachten. Haha. So. Was? Yes. Hast du recht schon? Ich glaube nicht. Gewalt. Doch. Schein. Okay, wenn alles soweit. Oh, dann. Wie viel Parts wird das wohl dauern, Leute? Wenn denn so viele... Oh mein Gott. Boah. Es klingt nach Siegesmucke. Marcel, du kriegst die goldene Mitte, wa? Oh. Sag, Leute. Okay. Ich hab Gurkenschleim erhalten. Ich hab auch Gurkenschleim erhalten. Ich hab Amor aus Geist erhalten. Ja, shoot. Einfach fließ. Okay. Und das ist jetzt quasi für Klamotten jetzt, oder? Das ist gut. Genau. Ja, bestimmt. Das Material. Dekowald geschafft. Schön Cola einkassiert. Kann nur sagen. Wuuu. Besorge dich von Fotografen, mit der statt eine Kamera. In der Vollversion kannst du Fotos schießen. Ja. Ja, genau. Bei mir stand ich kann mir ne Kamera besorgen. Ist alle befreit. Mal hol dir ne Kamera. So, wenn ich das vielleicht auch mal machen. Könnt ihr jetzt eigentlich mitkommen in der Stadt? Nee, ne? Oder? Das wäre auch voll cool. Das könnte ich gar nicht mal so sagen. Mal sehen. Vielleicht würde ich mir jetzt natürlich gerne ne Kamera holen, aber... Ja, kannst du bestimmt. Aber alleine dann wahrscheinlich. Ja, weil wir so Down-Odd-Game sind. Hm. Ihr seid so down. Ihr seid richtig down. Daune? Du meinst die Daune vom Dingens, oder wat? So, hier. Oh ne doch. Doch, er macht hier echt den Gang zu. Leider. Oh scheinbar. Na dann machen wir noch ne Runde, wa? Ja, will ich grad sagen. Ja, will ich grad sagen. Wir gehen ja ganz fix hier. Ja. Schaffen wir auf ihn mal in erinnern. So. So, okay. Wir machen... Felder. Alter zieht euch das mal rein. Ja, ist noch ordentlich was zu tun. Ja, richtig viel. Acht Dinger mit... So, dann machen wir jetzt einfach... Britzelhöhlen. Britzelhöhlen. Weil bei den Männer haben wir schon richtig schöne Triforce. Voll cool. Wir sind so cool. Und hier gibt's einen Bogen. Und hier gibt's auch wieder richtig coole Items. Und hier gibt's noch wieder meine geile... Hey Russi. Wir haben nur Helden gewandt. Wir haben nur Helden gewandt. Alles also. Ich hab Helden gewandt und meine normale Standard Russi. Ja, okay. Ach so. Jeder Held hat einen eigenen Ausdauerbalken. Links im Bild. Dann gehöre einen hellen Kasten auf den Touchscreen um Infos auf Platz im Sprung. Wir sind... Wir sind... Oha. Wir sind hier... Wo sind wir? Ähm... Also ich hab erstmal einen Bogen. Ich guck mir mal... Wird voll zu Maselig und so. Ja. Oh, ich hab... Ich komm mal zu Blacky. Oh, wo bist du denn? Ah, ich... Ich muss hier so... Was macht Robin? Das ist ja cool. Ich konnte so einen Luftballon abschießen und hab dann halt so eine Rücke gesehen. Ja, genau. Ich auch. Ich auch. Du-da-du-du-du-du. Leute, wo seid ihr? Ich kämpfe hier gerade. Ach. Oh, hallo. Hallo. Ah, da sind wir ja. Ah! Robin, wir müssen uns gegenseitig hochnehmen, wa? Wieso? Wo warst du denn? Da, da müssen wir den Ballon abschießen. Oder... Oder werfen oder so, dass wir da rankommen? Robin, du musst Nils werfen. So, dann macht ihr beide mal den Rest. Guck mal, was die da macht. Buh! Was macht die denn da? Los, Robin, du it! Wat? Oh, ein Key! Für Blacky! Yeah! So, war sonst noch irgendwo was anderes? Nee, ne? Nee, glaub auch nicht. Eigentlich nicht. Von da links kam Robin. Oha! Blacky ist selbst in den Tod geraten. Blacky ist abgestürzt. Tschuuu! Ich hab ein Absturz, sorry Leute. Ich hab ein Absturz, ey! Geil! Ups, sorry Robin! Die Emotes sind echt witzig. Von nein! Da sind anscheinend immer vier Innen, ne? Ja, vier Level. Bei vier ist immer so ein Megakampf. Wahrscheinlich. Bum, 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 bum. Okay, weiter geht's. Dann doch. Wo ist die drunter? Wartet auf mich. Was ist das hier? Ah, okay, hier braucht man nur drei Mann. Wow! Oh, das ist immer mit Strom. Achtung! Oh, das ist fast! Oh, noch mehr! Oh, das ist ein Zwecken! Ich hab' Geld, Blacky! Oh, Robin! Oh, ne Geld?! Nein! Mein Geld! Ne, ne, oah! Puffi, alter! Richtig, alter! Richtig, alter! Vorhin waren da noch Büsche, aber ich glaube ich schaff' mal schon so. Ja, ich hab' jetzt schon klar. Ja, das war mir jetzt voll's, brus 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 brus! sagen also man muss ja wirklich erst mal hier bis erst mal die störungen kommen vor allem manchmal ist ja so dass du die typisch hoch nimmst obwohl es ja nicht willst ja das ist mir schon zweiter mal passiert gerade das ist echt witzig muss man ja sagen bisher noch locker eindeutig tutorial hier alles ja habe ich ob die größer werden die gebiete und wenn man überlegt es waren acht welten da wo man wälder aus und 8a4 8a4 3 atom sie bleibt mal hier und das ist ja so ich schieße jetzt die richtige richtung wir müssen entscheiden dass wir müssen der schalter der geht auf wenn wir weiter genug weg sind jetzt ich glaube jetzt mal ich kann leute besser ausweichen so hier heute was abgeballert energie mehr spieler tauschen sozusagen weiter weiter hier und schießen auf den schalter so das wird nichts so jetzt die typen ab oder hat er mit schwertschmerzen kann ich nicht haben mit schwert auch genau macht aber so ich ja so ok jetzt weiter geht's weiter bei ich nehme ich einfach mal etwas ein bisschen was sagen nein und ich werfe dann nicht da umgegen geil das war schon richtig aber ich wäre es noch nicht so gut ich hab mir gerade sagen ich brauche unbedingt nehmen und liegt herzen ey die wollte einfach mal alle mit die dude die aber man man mann mann merkt echt dass man echt doch auch wenn man da empfehle ist wirklich die herzen brauche was er nämlich einfach hier ist er du bist auf die rauf gesprungen das war es so mach jetzt keine scheiße robin der wir jetzt einfach ich bin nervös machen das stinker du guck mal ich kann mir richtig so aber das geld tschüss mann ja und fliegt vor robin drauf guck mal ich kann hier richtig so wackeln guck mal ich kann hier so mit dem kopf nicken seh das wuuu ich kann hier so mit dem kopf nicken seh das los robin du schaffst es vor allem bei spencer mal hier gerade ja ich weiß nicht was ich hier mache das ist falsch ja wir müssen doch aber hier noch herzen ach so das ding bitte helga hehehehe du bist äh alter wegen euch stockt jetzt hier wir sind doch zu weit weg also was macht ihr guck mal herzen genau das ding droppt auch herzen wir haben ja alles herzen voll unsere herzen sind voll oh schnell 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 g g g ja YouTube-Money machen ja los. So ein Swing. Oh Mann, ey. Oh, das ist quasi wieder der Endgegner hier. Und dann können wir schön den Part beenden. Obwohl wir viele schneiden mussten, denke ich mal, das wird dann so ein linder Part sein, weil wir das Level hier noch schaffen. Naja, weil das Detail war am Anfang. War so, ne? Aber dann läuft's ja. Mal sagen, wir haben am Anfang, kurios, ey. Erst war ich rot, dann war ich wieder rot, dann ist war ich blau. Also jetzt bin ich rot. Ja, egal. Ja, das haben wir, ne? Das muss ja alles übereinstimmen. Das denken ja die Leute, wir verarschen die, wenn sie uns hier zugucken. Jo. Ja, Robi, ich will sehen aber voll gleich aus. Also ich will sehen ja wohl Probleme. So, okay. Was haben wir jetzt? Oha, das war ja. Was ist das? Ich bin voll reingerannt. Was kommt hier jetzt? Irgendeine Spinne, glaube ich, oder? Ist die ein Boss echt? Oh Gott. Ein Schwabbel-Babbel. Oh nein. Hey, ich war da oben, wieso ich hier jetzt bohren? Okay. Also, ich bin schon tot. Wir werden zusammentreffen wahrscheinlich, wa? Ja, guck mal, jetzt ist die Kugel 1 höher. Weg, ich schieße. Ah, okay, ja. Oh, meine Ausdauer ist leer. Hast du noch mehr, Marcel? Dann mach ich dich hoch. Okay, aber irgendwie fühle ich mich immer sicherer, wenn ich steuern kann. Ich kann aber sagen, ich klicke die Klenken ab hier. So, ansa. Wow, okay, jetzt ist er ganz hoch. Kann ich euch bitte hochheben? Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich laufe und ihr schieße. Okay. So. Irgendwie sicherer? Nils, er denkt, wir sind wie so talle, talle Trottel und sterben hier. Ja. So, was seht ihr? Ich guck, der hat hier so ne Krone auf. Oh, sehr schön. Ist aber cool aus. Königsschleimi. Hoah. Fette Krone. Das war mal ein richter Boss. Neues, heute Geld einsammeln. Zum Geld, Leute. Geld, 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 Geld. YouTube, Money. Also, wer weiß, am besten, am besten hierherst du noch holen. Vielleicht kriegt man da einfach noch einen Bonus oder sowas. Ja, wenn alle voll ist, stimmt. So, lass mich runter vorwienen. Kann halt vor der Linie aktivieren. Yeah. Das war cool. War richtig nice. So, dann geht er nochmal ganz fix eigentlich, ja. Ja. Aber das dauert echt lange, ey. Ich will jetzt die rechte Truhe haben. Du, du, du. Ich bin Lick. Na gut, dann nimm ich hier gerade aus. Gurkenschleim. Oh, geil. Ach, nur Panzer. Warum hat das mal das coole? Ist das voll gemein, ey. Ich stimme euch. Nein. Yeah. Blitzhöhen geschafft. Ja, schon immer über das Bild. Alter, mir ist ja immer der Mikro-Shake. Ich besorge dir vom Fotografen Bilder machen. Also in der Vollversion kannst du wohl schießen. So, Leute. Dann würde ich ja sagen, das war es für den heutigen Part. Beim nächsten machen wir natürlich sofort weiter. Ich glaube, wir sammeln erstmal allgemein Materialien, bevor ich dann irgendwann mal mir was in der Stadt hole, wie den Fotoapparat und so. Aber Leute, wie viel gefällt es euch denn bisher, Robin und Nils? Sehr lustig. Gerade weil wir hier zu dritt schön Action machen können. Macht so viel Spaß. Ja, das macht Laune auf jeden Fall. Es war immer besucht. Es war so kleine Part, sag ich mal so. Also kleine Level hier. Aber es macht schon ganz Laune. Und wie gesagt, ich finde die Design-Ange von den Links hier. Oder was auch immer das für typisch sind hier. Leute, bis zum nächsten Part von ZeldaDryForce Heroes. Tschüss, Mann. Tschüssi. Und tschüss.